Willkommen zurück zur Amnesie. Keine Freuenacht. Wir betreten die Zisterne. Das versteckt der Diebesgilde. Das habe ich aber irgendwie anders in Erinnerung. Selbst so ein kleiner Sprung. Aber noch einige Schnittwundenblaue Flecke. Ach, Simon, der wieder da ist. Mr. Wassermonster. Kansationswasser umleiten. Ich bin nicht überrascht. Auch in Europa zu gehen. Ich habe mich überrascht. Das Supernatural ist, um mich zu retten und Leben zu retten. Ich habe alles in meinem Macht, um zu fokussieren. Und nicht zu viel auf meine eigenen Gedanken. Alexander woke mich früh früh und sagte mir, es ist Zeit, dass wir auf unsere Arbeit starten. He was obviously excited to get going and we headed downstairs to the old dungeon where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man paralleled only by da Vinci, I'm sure. He showed me several runes fitted for specific research such as anatomy studies, alchemy and botany. The crown of Brennenberg must be the inner sanctum a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. That's right, you can try not to forgive yourself, right? But who is doing such a thing nowadays? The storm! Habe ich jetzt Monsterlein getötet oder was ist da gerade passiert? Äh, in der Natsassin befüllen sich Ventile. Mehrere, woher weißt du das? Die Wasser aus der Kansation ableiten. Ich trau dem Wasser trotzdem nicht. Oh, schon wieder zu dunkel für dich, ja. Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Das hört sich so an, als wäre da jemand in der Kammer drin. Ups. Kann passieren, ne? Eiskalt schicken. Muss da eigentlich im Wasser sein? Oder ist da wirklich weg? Ah, da hätten wir ein paar Kisten. Der ist doch niemals weg, oder? Sommerbüchse. Komm, der kommt doch wieder. Könnt ihr mir nicht verraten, dass das nicht so ist? Ich hab ein Geräusch gehört. Bist du das? Irgendwie warte ich darauf, dass einer dieser Brücken einstürzt. Es ist an einer rostigen Kette an der Decke befestigt. Muss ich erst dagegen was werfen? Boah, ich kann doch nicht zählen. Eine Brücke muss heruntergelassen werden, um fortzufahren. Also ist das der richtige Weg. Ich kann einen der Steine aufheben. Ich möchte da gerne hin. Das scheint ja offensichtlich der richtige Weg der Tinten zu sein. Warte, ich schenne mal nicht Steine. Es kann natürlich auch sein, dass ich da vorne nicht weiter kann, wegen dem Qualm. Gut, das ist ja eine Timingsache. Nicht so verbrennt wie in Jurassic, Lego Jurassic World, ne Chicken? Ach, das macht nur das aus. Enttäuschung. Enttäuschung. 8 August, 1839. Ich konnte niemals sicher sein, bis heute, dass ich auf dem richtigen Weg war. Using mein Arschung, Alexander hat seine Macht zu uns verabschiedet. Der Innern Sanctum flared mit blühe, führer Licht. Und ich konnte die gleichen Dinge, die ich in der dunklen Kampfer in Algerien fühle. Es war wie in einer verrückten Kampfer in einer verrückten Kampfer in einer verrückten Kampfer. Es war schrecklich. Aber Alexander kept calm und wieldet strange tools von Science in order zu tame die Storm. Suddenly, die Blühe Licht warstet durch die Strain von Rädern. Und die Wälder burst mit pulsatingen Tissue resonemierend mit der Szene. Alexander quickly covered die Orb in eine Kampfer, und die Unspeakable Thing vanished. Ach, was soll schon großartig passieren? Was umleiten? Ist hier noch eine Sonderboxe? Also bisher hat das nur dazu geführt, dass das nicht ausgeht. Hm, noch einmal geknurrt. Aber sonst? Ist es nicht auf mich losgegangen? Ach, Monsterlein, Monsterlein. Mächtiger Stein. Yay! Ich warte darauf, dass irgendwas unter meinen Füßen zusammenbricht. Keine Ahnung, ist halt so. Und wenn es dieses Brett ist, dass es unter meinen Füßen wegbricht. So viel Aufstand für ein bisschen Öl. Oh, wenn ich das jetzt auch noch drehe, ist zappenluster. 9th August, 1839. Es ist noch früh, und Alexander ist beschäftigt, um den Ritual später heute zu machen. Verzüge ihn, dass er so gut gemacht hat, macht mich zu fragen, warum? Was ist er, um ihn zu erhalten? Ich weiß, dass er alles interessiert hat, aber sicherlich, dass es noch mehr gibt. Ist er so dumm, dass er versucht, um die Kraft des Orb? Ich muss erinnern, dass gestern, als Alexander das inneren Sanctum mit blühen Licht flüttete, ich wusste, dass wir aber den Orb's echte Potenzial grüßten hatten. Das könnte sein, dass es mehr als eine schreckliche Schmerzen sein könnte. Es könnte das Beginn von etwas, was wirklich extraordinär ist. Ich muss sagen, dass er so gut ist. Mal schauen, was er da ist. Und tschüss. Ist jetzt mein Geisterzustand wegen diesen ganzen Wirmsstürmen? Nö. Immer noch genauso glasklar wie vorher auch. Ist klar. Oh, wie ist eigentlich das ganze Licht ausgegangen? Hat Monsterleinen das gemacht? Hä? 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 Jetzt bist du aber sicherlich im Wasser, oder? Oh, ich muss ja mal die Kamera abrufen. Kamerlein! Das ist kein Fackel. Die Stimme ist nicht mehr zu hören. Ja, dann bist du noch hier drin, wo du es wahrscheinlich ertrunken. Das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich. Also, das ist, nachdem ich das zweite Ventil geschlossen habe, hätte ich noch einen anderen Text bekommen. Ich muss da gerne mal gucken. Oh, funktioniert wirklich Licht. Ich kann sie wieder nach oben, noch nach unten drücken. Dann muss ich erst mal unten lang. Ja, dann müssen wir jetzt mal unten lang gehen. Wasser dürfte ja jetzt weg sein. Ja, aber da ist noch was anderes. Ich guck mal, kein... Ich kriege echt nichts dazu. Kein Memento, was mir sagt, dass ich da noch nicht lang kann. Da muss ich einfach nur schnell sein. Eigentlich fehlt mir noch was. Ich meine auch, das bekomme ich in den Raum da oben. Woher bist du jetzt auf? Nein. Hm. Eigentlich sterbe ich, wenn ich da runtergehe im jetzigen Zustand. Weil wir haben ja in einem der Notizen gelesen. Wo war das? Wo war das? Na ja, das ist die Frage. Wo hast du was gelesen, Check? Wegen diesem Gift haben wir was gelesen. Und auch wegen einem Impfstoff. Ich weiß nicht mehr wo. Wo? Ah. Die Experimente. Muss ja irgendwas von einem Impfstoff stehen. Ist das eine Maschine? Aufzugsmaschine. Oder ist das in einem der Tagebücher? Ach, keine Ahnung. Zur Not musst du da runterrennen. Ich habe hier eine Erinnerung, dass ich erst mal da in die Tür rein muss. Nur klemmt das hier. Und muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Ich kann das aber nicht nach oben drücken, um es anzuheben. Ich kann das aber nicht nach oben drücken, um es anzuheben. Bis dahin. Und nach oben drücken. Wir hatten das. Jetzt je war wieder los. er